Drake lässt ein Gewehr in der Nähe des CCC-Gebäudes deponieren. Ich halte sie auf dem Laufenden. Weg los. Spiegelgärten 13.12 Uhr Na dann mal schauen, wohin wir gehen müssen. Eigentlich drücke ich ja immer, dass ich es nicht abrollen soll, aber macht irgendwie nee. I don't know, was ich falsch mache. Du musst weg von hier. Tja, ich bin ja schon dran. Ich versuche so schnell es geht, von hier weg zu kommen. Weil die anderen Run wieder hier sind. Oh shit. We might have a problem here. Yes. Yes, yes, yes. Au, fuu. What the hell? What the hell was that? Ja, ich versuche es. Wahrscheinlich bin ich ja auch falsch gelaufen. Aha, okay, wir müssen da hoch. Shit. Come on. Holy fuck. Alter. Diese Sprünge, die sie immer macht. Die ist ja schrecklich. Alright. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir müssen das Gewehr woanders deponieren. Ich kläre das mit Krieg. Versuch du sie abzuschütteln. Hoffentlich gelingt uns das irgendwie. Hoffentlich gelingt uns das irgendwie. Denn sie sind ja ziemlich schnell. Oh shit. Oh shit. Ich kann nicht sterben. Ich kann nicht sterben. Bitte. Gebirgs. Woher? Woher? Dorthin, okay. Okay, saca se. Okay, das wird nichts. Oh fuck. Oh man! Go! Lauf, 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 lauf! Really? Was zum... Okay, wahrscheinlich einfach bloß durchlaufen. Oder vielleicht doch... Nicht? Die Gebäude ist deponiert gleich in die Ecke. Und da wird so gute Sieg auf Kreis zur Feuerhaft. Das war ziemlich knapp. Ja, dann habe ich gerade nicht zugehört, was er gesagt hat. Wieso hältst du dich nicht fest? Ach, Girl... Manchmal... ...frag ich das Spiel irgendwie. So springt sie nicht! Ich... 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 Nope. So aber auch nicht. Die Checkpoints sind manchmal echt beschissen gesetzt. Ich... 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 Nein, ein Wandschirm geht doch hier nicht. Oh doch. Okay, doch. Okay, offensichtlich. Eigentlich drücke ich die Tante, um abzurollen, aber sie macht es einfach nicht. Naja. Weiter geht's. Raposa. Giving the silly the energies she needs. When she needs it. Es ist oben auf dem Atrium, das du gleich erreichst. So, das Gewehr suchen wir. Oder brauchen wir? Okay, es war auch hier so ein Glyphe, aber ich glaube, die Tasche habe ich schon mal eingesammelt, deshalb ist sie eigentlich mal hier. Und falls ihr euch fragt, warum das so ist, und ja, ich habe die letzten Level schon mal aufgenommen. Nun gab es da leider ein Problem mit dem Sound. Deshalb, ähm... Ja. Ja. Muss ich jetzt alles hier nochmals machen. Was ein bisschen doof ist. Weil ich nun eigentlich hier schon fast alles kenne. Aber trotzdem irgendwie... das Spiel so absolut gar nicht kann. Und man sinkt. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Sehr schlau von mir. Wirklich, wirklich sehr schlau. Muss ich, äh, sagen. So. Ein Wandschamp. Kann man hier auch ein Wandschamp machen? Oder sie springt einfach zu weit. Man kann auch einfach hier rüber gehen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, gut. Manchmal die Jump'n'Run-Action... Entweder ist das Spiel manchmal echt irgendwie beschissen gemacht, oder ich bin einfach zu schlecht. Was wahrscheinlich eher der Fall ist. Oder ich schicke die Jumps nicht. Das... war jetzt... ziemlich... strange. Wie das getan hat. Aber okay. da hoch müssen wir... nicht so weit... nicht so weit... aber das ist viel zu weit. No, spring doch nicht so weit Manchmal zu kurz Manchmal zu weit Scheiße ich doch mal Alright Auf der anderen Seite Oh Mann Bleib stehen Okay Ja, warte Sieht richtig aus In der Nähe müsste ein Ah, wirklich? In der Nähe müsste ein Luftschacht sein Luftschacht sein In der Nähe müsste ein Lüftungsschacht sein Das ist der schnellste Weg Aha Auch interessant Wieso parkst du nicht gleich Anfang an Die untere Kante Wenn das vom Spiel so vorgesehen ist Ich glaube die Tasche hier habe ich auch schon Daher schaue ich das gar nicht erst an Noe Das war's für heute.